Ah, ich hab mir eine Freundlichkeit angewandt, egal was gesagt man ist, dass ich dann immer nur Christgott und auch Wiederschauen sein können muss. Meine Sprache und mein Dialekt hab ich zu meiner Waffen gemacht. Und nicht einmal im Leben bin ich gewalttätig geworden oder hab geschlagen. Achtung, Achtung, Flugsträgerfreiheit. Meine Augen haben mich davon beschützt, dass mir zu nahe kommt. Und meine Stimme hat einen Ausdruck gekriegt, die ich nimmer zum Überheeren war. Edeltraut, oh Edeltraut, du hast ein so gutes Größeln gemacht. Edeltraut, oh Edeltraut, du wärst die richtige Brau. Ich hab ihn ganz anständig gefragt. Nach ein bisschen mehr Freiheit. Ich hab ihn ganz anständig gefragt. Ja, ein bisschen mehr Respekt. Ich spür noch immer seine Finger in meinem Arschloch. Es zei ich nicht zu trauen, wenn ich geh. Ich lass dich gar nicht gern, gar nicht gern, lass dich gar nicht gern durchstehen. Aber ich weiß, dass du doch leichter wärst für dich, leichter wärst für dich. Sei stark und sag nicht, dass du liebst, statt die Kinder nicht, dass du liebst. Schau, ich bin der Feind, schau mich oh, ich bin der Feind. Und ich wär' aber freund. Sie durften sich sehen, wie sie da lagen, mit dem Bewusstsein sterben zu müssen. Sie wollten einfach noch nicht sterben. Nicht, weil sie Angst davor gehabt hätten, nein, nein. Sondern weil sie wussten, dass sie noch nicht fertig sind. Und dass sie deshalb noch mal auf die Welt kommen müssen. Und damit sind wir dann das erste autonome Dorf, vorne auf der Welt. Kein Staat, gell? Vermeide extra den Ausdruck Staat. Ja, und 2006 haben sie dann noch neun Jahre, neun Jahre haben sie die letzten Truppen um unser Dorf abgezogen. 2. Februar 98 haben wir Mazoll zurückkauft. Das war ja innerhalb von Niedermayerwoch. 2812 Bewohner der Gemeinde Mazoll, ihre Konten kündigt bei der Sparkast. Und das ganze Geld auf ein Gemeinschaftskonto einzahlt. Und alles, was uns im Dorf nicht gehört hat, haben wir abgelöst und tauscht. Und anteilig die Steuerschulden, die das Dorf an Deutschland gehabt hat, natürlich von einem Fachmann ausgerechnet, die haben wir dann am 2. Februar 98 an das Finanzamt München überwiesen. Mit dem Vermerk Rückkauf, Gemeinde Mazoll. Sie haben sich zweimal die Woche getroffen zum Reden. Bis sie dann Ende August alle verstanden hatten, dass nicht Reden, sondern Handeln die Zukunft ist. Und dann sind sie alle miteinander auf die Felder gegangen und haben den Bauern bei der ersten Ernte geholfen. Sie haben alle miteinander Holz geschnitten und Kühe gemolken und Silos wieder aufgefüllt. Und es wurden Vorratsspeicher gebaut. Sie haben ihre Wiesen nicht mehr in Plastiktüten eingewickelt. Das ist schön. Das ist wunderbar. Wir waren eine Zeit lang, war aber der Freizeitpark für Arschlächer, die jede Nacht mit ihren E-Chips unsere Felder verwüstet haben, weil sie gewusst haben, dass es keine Polizei gibt. Die Kinder waren dabei, wie wir uns gewehrt haben. Sie haben es ja später auch kennen müssen. Wir haben es selbst so entschieden und sind unerpressbar geworden und mutig. Mutig sind wir heute. Weil waren wir mutig. Ja, aber ich, ich mach mir Sorgen um dich. Ja, aber ich, ich mach mir Sorgen um dich. Ja, aber ich, ich mach mir Sorgen um dich. Unser Leben ist ein Tag im Universum.